Pestwurz, eine Heilpflanze in Mitteleuropa. Pestwurz ist eine Heilpflanze, ein Heilkraut. Pestwurz hat bis zu 60 cm breite Blätter. Pestwurz hat Blätter in Herzform. Pestwurz wird auch genannt als gemeiner Pestwurz. Pestwurz treibt die Blütenstände aus, bevor sich die großen Blätter entwickeln. Pestwurz hat deshalb Ähnlichkeiten auch mit dem Huflattisch. Die Pestwurz taucht häufig in dichten Beständen auf. Pestwurz entwickelt männliche und weibliche Pflanzen, je nach Blütenart. Pestwurz wurde früher eingesetzt bei der Pest. Vermutlich hat das nicht so gut geholfen. So wurde Pestwurz auch eine Weile vergessen. Pestwurz wird heute verwendet, zum Beispiel bei Schmerzen im Bereich der ableitenden Harnwegen. Unterstützend zu anderen Behandlungen kann man Pestwurz nutzen, zum Beispiel bei Steinleiden. Pestwurz kann aber auch verwendet werden gegen Asthma, Heuschnupfen und Migräne. Pestwurz wirkt insgesamt entzündungshemmend und krampflösend. Pestwurz wirkt auch menstruationfördernd, schleimlösend und schmerzstillend. Pestwurz kann auch schweißtreibend wirken. Und so gibt es eine Menge von verschiedenen Anwendungen. Die Hauptanwendung ist eben Schmerzen und Krämpfe im Bereich der ableitenden Harnwege, auch Migräne, Asthma, Heuschnupfen. Das sind die Hauptanwendungsgebiete. Es gibt aber auch Menschen, die sagen, dass Pestwurz hilft gegen Bronchitis, gegen Darmkrämpfe, bei Gicht, gegen Herzschwäche, wird auch gegen Husten eingesetzt. Und Pestwurz wird auch eingesetzt bei Leberleiden, gegen Reizmagen und Rheuma. Pestwurz lateinisch wird bezeichnet als Pettacites hybridus. Man gibt noch verschiedene andere Namen. Man spricht auch vom großen Huflattisch. Man spricht vom gemeinen Pestwurz, Bachpestwurz, echte Pestwurz und so weiter. Man verwendet typischerweise den Wurzelstock für Heilbehandlungen. Allerdings wird der Wurzelstock verwendet in standardisierten Präparaten. Da Pestwurz eben auch potenziell leberschädigende Bestandteile hat, gibt es standardisierte Extrakte, in denen diese entfernt wurden. Es gibt also Pestwurz, die verwendet werden kann. Es gibt Präparate in der Apotheke oder auch im Reformhaus. Und dort kannst du schauen, wofür sie eventuell gut sind. Natürlich gilt, wann immer du etwas zur Behandlung einer Krankheit einsetzen willst, dann solltest du den Ratschlag eines Arztes oder eines Heilpraktikers einholen. Gerade bei Pestwurz muss man die potenziell positive Wirkung, zum Beispiel bei Migräne und bei Nieren- und Blasenproblemen und Allergien abwägen, mit den potenziell schädigenden Bestandteilen. Und davon hat auch Pestwurz etwas. Pestwurz Pestwurz Pestwurz